Wir machen jetzt ein kleines Experiment. Wie lange geht es, bis meine Mitarbeiter hier rein kommen und mein Essen klauen wollen? Los! 10 Sekunden. Nein, musst du nicht immer mischen. Langt! Ich brauche mein Essen. Ihr zwei klauen mir das jedes Mal weg. Wenn ihr auch mit Pommes habt, dann müsst ihr immer. Es gibt eine Szene aus der sehr beliebten Fernsehserie Friends, die mein Leben relativ gut erklärt. Joey doesn't share food! Wenn ein Wolf und seine Wolfsjungen dort beschützen, dann beschütztest du die Pommes. Ich kaufe euch gerne auch eine Portion Pommes, aber lasst mein Essen in Ruhe. Die zwei reklamieren immer, ich esse viel zu schnell. Jetzt rat mal, warum ich viel zu schnell ist. Ich halte das Essen. Ich hole mein Essen, ich sitze da hin. Bevor die Hünen kommen, muss das weg sein. Fallbeispiel Nummer 1. Wir haben ein Kässandwich geholt. Zwei Minuten Fuß weg. Hahahaha! Haredi hat sie so einen Backshot gehabt. Hahahaha! Jetzt haben wir hier alle... Haredi! Ich würde Bier und Pommes gerne kaufen. Silvia ist noch schlimmer als du. Silvia? Ich teile immer. Nimmt einen Salat. Geil Pommes frites. Und dann muss es... Dann nutzt sie meine Pommes-Kluppe. Ja. Dann hat Silvia im Restaurant. Bestellt euch, das ist mit dem eigenen Innenwitzfrieden. Du musst bei den anderen mitessen. Wissen Sie da, wo ich bin auf dem Foto? Wieder im Büro, weil ich habe ihn schon fertig gegessen. Hahahaha! Also wenn auch du lieber den Post hast, sonst auch dein Essen teilst. Dann abonniert jetzt Easy Project und mit dem Tool. Ja. 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 Ja.